Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. Lasst gerne mal eine Bewertung bei iTunes da oder auch gerne ein Follow bei Spotify oder natürlich auch einen Kommentar bei YouTube mit eurer Meinung. Denn heute sprechen wir ein wenig über Jon Jones und das ist ein sehr, sehr heikles Thema, denn Jon Jones hat ein neues Interview gegeben. Dort sprach er natürlich über seinen Wechsel in das Schwergewicht und im Schwergewicht warten natürlich Killer auf ihn. Francis Ngannou, Stipe Miocic und auch ein Alistair Overeem dürfen wir nicht abschreiben. Alistair Overeem hat in seinen letzten Kämpfen immer sehr, sehr schön performt. So sagte Jon Jones, dass er nur noch für Geld und Legacy kämpft. Er will die lukrativsten Kämpfe, logisch, denn er weiß auch selber, dass seine Karriere, ja, je älter er wird, desto näher kommt er an das Karriereende. Er sagte selber aber auch, dass dieser Wechsel in das Schwergewicht lange dauert. Vor allem, weil du beim Gewichtslimit vom Schwergewicht ein sehr, sehr hohes Limit hast. Ich meine, das sind 120 Kilo, sonst trennen sich nur 4, 5 Kilo und jetzt sind das 10, 20 Kilo, die du hast, die du Spielraum hast im Schwergewicht. Das ist natürlich sehr, sehr viel. Jon Jones baut also jetzt bewusst viel Gewicht auf, weil er eben im Schwergewicht gut klarkommen möchte. Er will aber auch nie wieder zurück. Jon Jones will nie wieder zurück in das Light Heavyweight. Jon Jones will nicht mehr im Halbschwergewicht kämpfen und Jon Jones wird auch einen Titelkampf im Schwergewicht bekommen. Ganz offiziell ist das nicht. Das heißt, Dana White hat da nie etwas darüber gesagt. Die UFC hält sich sehr bedeckt, wenn es um den Wechsel von Jon Jones in das Schwergewicht geht. Es hieß nie, ja, wir geben Jones den Gewinner aus Deeper gegen Enganu, aber es scheint so, als wäre das Ding fast schon geritzt. Ich persönlich bin ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Ich würde auch sehr, sehr gerne Jones gegen Overeem sehen, aber ich muss auch dazu sagen, ich halte es für unproblematisch, wenn man Jon Jones einen direkten Titelkampf im Heavyweight gibt, denn dieser Kämpfer hat nun mal knapp zehn Jahre lang eine gesamte Gewichtsklasse dominiert, hat jeden weggefegt, den es gab, war der jüngste Champion in der Geschichte der UFC und, und, und. Also Jon Jones hat viel für die UFC getan, hat der UFC auch einige Probleme eingebracht, klar, Hit-and-Run-Accident und so weiter. Die Skandal-Liste von Jon Jones ist nicht gerade kurz, sondern relativ lang. Und dann kamen die Pico-Grams und dann kam das Turinabol und, und, und. Aber nichtsdestotrotz ist Jon Jones einer der besten Kämpfer weltweit, einer der GOATs im Oktagon, einer der GOATs außerhalb des Oktagons. Ob er da auch einer der Greatest of All Time ist, das muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte hier nicht den Moral-Apostel spielen, aber Jones wird einen Titelkampf bekommen. Und ich bin mir fast schon sicher, dass er diesen direkten Titelkampf bekommen wird. Ja, Jones gegen Overeem wäre cool, würde ich gerne sehen, aber Jones gegen den Sieger aus Engarno gegen Steeper wird krass. Und schafft es Jon Jones noch einmal zum Champion? Da denke ich persönlich, ja, er schafft es noch einmal zum Champion. Ich persönlich glaube, Jon Jones wird dieses Jahr, 2021, der neue Champion im UFC Heavyweight. Steeper wird im Sommer 39 Jahre alt. Und auch wenn ich persönlich ein großer Fan von Steeper bin und Steeper auch gegen Kormier letzten Sommer gezeigt hat, dass er es immer noch drauf hat und immer noch ein wahnsinnig starker Kämpfer ist, so dürfen wir nicht vergessen, wie gut Jon Jones eigentlich ist. Vor allem, wenn er jetzt noch einmal Masse aufbaut. Jon Jones wird dann der technischste und intelligenteste Striker im Heavyweight. Und ja, wir haben gesehen, wie intelligent Steeper Miocic sein kann. In diesem zweiten Kampf gegen Daniel Kormier, als er diese Bodyshots landete, das nennt man Fight IQ. Und Steeper Miocic war da wirklich sehr, sehr schlau, sehr intelligent und hat dadurch auch diesen Kampf am Ende des Tages gewonnen. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist Jon Jones noch einmal ein Ticken, ich will nicht sagen intelligenter, aber vom Fight IQ her, von der Schnelligkeit her, und, 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 ist Jon Jones der Stärkere. Und ich kann mir vorstellen, dass Jon Jones dieses Jahr noch einmal Champion wird. Aber, das Thema ist umstritten, viele denken auch, dass Steeper Jon Jones besiegen wird. Auf jeden Fall können wir uns so gut wie sicher sein, dass wir Jon Jones versus Enganu oder Steeper sehen werden, je nachdem, wer gewinnt. Ich persönlich gehe nun mal davon aus, dass Steeper gegen Enganu gewinnt, weil der erste Kampf doch sehr eindeutig war. Und dann war es das auch schon mit dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Meinung, auf eure Bewertung. Folgt gerne WeLoveMMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.